Ein Satz von Ihnen ging danach, zumindest durch Deutschland. Die schweigende Mehrheit müsse sich die Demokratie zurückholen, haben Sie dort in Erden gesagt. Von wem eigentlich? Von einem Mainstream, der die Bevölkerung nicht mehr dort abholt, wo sie ist. Wenn eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung gegen das Heizungsgesetz ist und die Politik sagt trotzdem. Aber wer ist dieser Mainstream? Von wem? Ich sage eine linke Politik, eine linke Politik und auch eine linke Meinungsmaschinerie, die hier Themen anders setzt, als die gefühlte Mehrheit der Bevölkerung das hören will. Und ich habe jetzt nicht den Parlamentarismus angegriffen in keiner Weise, sondern wenn ich sage etwas zurückholen, will ich es ja stärken. Sondern ich habe gesagt, es wird hier gegen die Mehrheit der Bevölkerung Politik gemacht. Aber machen Sie es einmal fest, wer hat Ihnen die Demokratie weggenommen? Das habe ich gar nicht gesagt. Das ist schon die Fehlanalyse. Ich habe nur gesagt, es wird Politik gegen die Mehrheit gemacht. Die Mehrheit sind die Bürger.